Mein Name ist Pino del Ducca. Ich kam hierher, war voller Zorn. Ich konnte alles umreißen, alles umnieden und glaubt mir, ich habe es auch getan. Dank dieses Seminars, integriert mit Dr. Norbert Brez. Ihr wisst schon. Ciao. Ach, hab doch was vergessen, wollte doch noch was sagen. Wollt's nicht offen lasen. Ich fühle mich besser, ich fühle mich gut, ich fühle mich total in der Balance und ich freue mich jetzt auf zu Hause, dass meine Familie einen neuen Menschen kennenlernt. Danke. Ciao.